So, sind wir ready? Komm, go, go. Ja, go. Bis jetzt witzig, oder was? Die Tür muss auch noch... Ich mach die zu. Göln einlassen. Schild halt einfach komplett zu Neuer. Es wird halt Leute. Sie. Ja, und jetzt? Kannst du deine Fackel bitte ausmachen? Das ist eben ultradunkel. Ja, ach! Ganz ehrlich. Ja? Ja, und? Oh, die Harten kommen in den Garten. So sieht's aus. Oh, die Mädchen. Ich höre Musik. Du, 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 du. Ja. Oh, die Harten kommen heute nicht mehr. Oh, komm. Und eine halbe Stunde hat er mir geschrieben, dass er mir... Also, er guckt sich irgendwas an, keine Ahnung. Wow. War ja kurzen aufgeteilt. Das geht, Basti. Seid ihr da? Klar. Nee. Dann let's go. Ja, du stehst hier rum. Es ist ja dunkel. Ich seh nichts. Oh, es ist echt dunkel. Oh, ne. Ja, es wird aber Tag jetzt. Das heißt, wir sind wieder Zielscheiben. Wenn ihr Schwefel-Erz seht, mitnehmen. Und Metall-Erz. Und wenn ihr Feinde seht, dann looten. Trinken, trinken, trinken. Ihr geht halt einfach auch erstmal zu der Gegner-Trink-Station. Oh, riech's auch. Alles klar. Ja, ich brauch trinken. Verräter. Essen wir jetzt gleich auch nochmal ganz geil. Weil... Fast am Verhungern hier. Ja? Ich hab ne... Ich hab Kartoffeln, also... 36 hab ich nur. Ja, dann komm mal zu mir. Ein Kamil. Das ist der Keks hier. Schmeckt bestimmt auch. Ja, wo bist denn du, Alter? Hä, wo bist denn du? Ach, da! Da, hinten. Das ist übrigens der Grund, äh, das... Deswegen hab ich vorhin übrigens... So gelacht, wenn... Habt ihr die ja mal ne Nacht geschehen. Boah, die sind gut. Kartoffeln, Beste. Warum stellen die hier welche Pfeilen auf? So true als... Ah! Ich sag auch nur, ob hier steht da solche Dinge in... Oh! Hä, aber warum stellt man die hin? Genau. Ist denn nicht meine Face? Basti, Alter. Ja. Jetzt verstehst du, oder? Wer flüstert denn mit? Hab ich aber auch gedacht zuerst. Wat? Was? Äh, das erste Mal, ja. Hab ich auch gedacht. Ich nicht. Ja, Mann, fühl ich. Keine Ahnung, um was es geht, aber fühl ich. Ja, ist ja richtig. Also, dass du es fühlst. Brrrr. Okay, ich schick es ihm auch. Guck mal, was er wirklich fühlt. Du hast ja nie dabei, ne? Nein. Nee, hat er in die Kiste gepackt. Haha, hat er in die Kiste gepackt, ey. Alles klar. Okay. Wo rennt er nicht hin? Wir müssen nach Norden. Ach, ne, echt? Ja. Ist halt echt so, Sherlock. 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 Hey, Sherlock. Und, hast du es schon gefühlt? Ja, Mann, hab ich gefühlt. Echt nicht so? Nein, ist nicht so. Was? Oh nein, ist es strahl? Ja, das war doch schon oft, dass ihr verstrahlt. Du wirst mich doch jetzt verarschen. Wie, es verstrahlt? Aber da hatten wir andere Rüstungen immer noch. Also, ich hab das nicht. Okay, jetzt hab ich auch nicht mehr. Der Loot ist back. Vorne ist ein Fett-Grace. Okay, doch, der verstrahlt. Ja, unten ist aber keine Verstrahlung. Todesdunkel. Könnt ihr ja auch gleich mal recyceln. Ich bin mal unten. Ähm. Äh, ja, wo geh ich denn? Wo latsch ich denn hier lang? Genau. Fuck in die Hand und los geht's. Ich geh mal wieder zum Runding machen, ne? Aber ich hab kaum Leben. Das heißt, wenn ich unterfalle bin ich tot. Moritz, bleib mal bitte bei mir. Hä? Ich dachte, du hast es oben aktiviert. Ich hab das nicht dabei. Ich hab doch die Sicherung eingesetzt. Bleib mal unten, damit du mich aufhalten kannst. Jesus, mein Gott. Jetzt ist wahrscheinlich die Sicherung weg. Super. Jep, die Sicherung ist weg. Oh, das war knapp. Wow. Hier, die Sicherung ist weg. Ja, die Sicherung ist weg. Hä? Okay. Hallo, ich stand doch schon drauf. Junge, dieses Game. Digga. Ich stand schon lange drauf. Diese Verstrahlung geht mir so auf den Keks. Ah, ich hab's geschafft. Aber ich war gleich wahrscheinlich drauf und da. Äh. Okay, okay, okay. Äh. Ein Schalter. Okay. Ein Mischtisch hab ich gefunden. Oh, das ist gut. Das ist, äh, das ist Endlevel. Alpautomatisches Gehäuse. Detailfehler. Ohne Sicherung. Ich hab keine. Wir haben auch bei welchen der Base. Ja. Ja. Ich hab ein Gewehrgehäuse. Ich bin lowlife. Nein. Oh, ich bin runtergerutscht. Danke. Art funktioniert. Ich brauch heal. Komm jetzt aus der Heekiste, Mad Kid. Ja, moin, Mad Kid. Ich brauch mal irgendwie, äh, Heilung oder sowas. Warte mal. Ich kann mir mal Verbände machen. Ja, das steht hier grad ganz grob. Ja, das steht hier grad ganz grob. Ja, und nun? Ja. Ich versuch einen Schrott zu sammeln, oder was? Ich würd eigentlich mal schauen, ob der Flugplatz radioaktiv ist. Ja. Ja. Ja, der ist... Ja. Ja. Ja, das war's dann wohl mit meinem Leben. Ja. 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 Du brauchst eigentlich nicht sammeln, da wär ich noch von. Okay. Ich überleg halt grade... Nur das gelbe Stein. Was macht ihr? What damn? Ja, ich geh da nicht rein, Basti. Ich bin nicht libsmüde. What the fuck? Und ich versuch die Sicherung jetzt mal zu holen. Ich guck mal mit. Ich hab ja gar nichts wirklich dabei. Du schürfst aber, glaub ich. Ja. Du kriegst nämlich damage, wenn der Ort verstrahlt ist. Okay. Also man braucht alle Sachen, die dagegen schützen. Hier ist auch Loot drin, ne? Oh, hier ist nur die Sektor. Den hatten wir ja nicht grade erst. Ich glaub hier ist verflutet worden, weil hier ist nichts. Jetzt musst du da einfach reintoppen, kannst du ohne Radioaktivität zu bekommen. Ja. Was hast du für ne Rüstung? Ja, ich krieg auch kein Schirm mehr. Bei mir ist einer. Passt, ich bin bei dir. Aha! Ich hasse dich ganz ehrlich. Ich hab mir nicht gedacht, den wär sen geguckt. Ich hab mir so in die Rose gemacht. Ich hab mir so in die Rose gemacht, grad. Ich weg mir so nirgends von mir, ne? Mit den Kopf auf einmal. Äh? Ja? Wollts. No, wie geschul. Jetzt bin ich jetzt echt alleine hier. Wieso ist es echt. Ich will eigentlich nicht die Sicherung holen. Das ist echt... Das ist äh... Das ist gut. Wieso ist es alleine wenn du mit der Sicherung holen? Ja du, die Sicherung holen? Ich komm da nicht rein. Wir brauchen halt dafür diese Sicherung. Alter, halt die Schnur zu. Ey, mach auf, hier ist ein Flieger näher. Hier kommt gleich ein Flieger rüber. Guck mal auf der Karte. Guck mal, geh. Ich hab'n radioaktiven Anzug noch eingefunden. Kann ich den Ball haben? Ich tu ihn in die Hüsse, in die Rüstungskiste, okay. Äh, ihr wisst schon, dass er euch auch abschießen kann, wenn der da... Hä, wo bist du denn? Ich versteckt. Ich lauf grad nach Hosen. Oh, klar. Hä, ich darf... Bist du in dem Tower drin? Ja. Ich werd abgeballert. Oh, das war der Dings. Aber der hat mich getroffen gemüht. Das ist trotz der von Lieferung. Ach, no shit, schon noch. Echt? Cool. Da kann man es wieder in den Dings nahm. Oh, wie schon. Wobei ich mich nur... nur 200 Euro wiederholen. Ich hab' einfach nichts zu essen, Digga. Das ist nicht gut. Alter, Digga, das ist... der ist direkt über mir. Also mein Leben... ich sehe mein Leben grad an mir vorbeiziehen. Das ist nicht schlauer. Aber... Wie soll ich denn hier wegkommen jetzt? Hört ihr die Schüsse? Nein. Nein. Ich bin zu weit weg. Wie ihr hört die Schüsse nicht? Wollt ihr mich rollen? Zu weit weg? Ich bin nicht. Ich geh' jetzt zum Flugplatz rüber. Ich werd' hier allerdings zu essen finden. Also der dreht die ganze Zeit... Ach nee, der ist da! Der dreht die ganze Zeit bei mir. Bei der Gegend. Wo ist denn da? Was ist das? Die Kanalisation! Ja. Laufen grad, glaub ich, Leute mit Schutzanzug zu unserer Base. Sollen sie mal. Ja, aber ich muss ja in die Base um das Zeug zu holen. Um das Zeug abzuliefern. Um das Zeug abzuliefern. Ja. 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 Chillen, alter. Und bei mir geht die Welt unter. Und bei mir geht die Welt unter. Wachst die Schneeball ja, ne? Ja, ich hab die Schneeball fast geguckt. Fast? ja kann sein dass vielleicht ein raum ist aber ansonsten alles geguckt hier unten ist halt was aber ich weiß nicht was man damit machen ja du kannst irgendwo im gebäude auch wieder eine sichere anbringen und dann im untergrund irgendwas mit dem moment sterben weil ich war ungere ich habe noch 11 hp das ist blöd ich habe pilze ich habe 10 hp das ist blöd ok ich glaube wir sind durch hast du den tower noch geguckt ja ist mir gar noch dabei also hier geht es im untergrund ja aber da gehe ich jetzt nicht hin benni gib mir mal bitte dein essen das ist etwas reicht nicht lange aber es reicht erstmal also es könnten wahrscheinlich gegner das gehört haben die schießerei ja 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 und und das schon höre ne ich habe den hat den hat den bist ja nicht verstrahlt kann ich den haben auch so ein Schaum das sieht voll geil aus ok dann haben wir jetzt wieder drei so eine geile Wasser einfach mal auszunehmen wir sind durch habt ihr jetzt eigentlich so eine Dings gefunden? was? ich meins nicht ich meins ok was soll ich sagen? dann oh geil warum ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Vielen Dank.